Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Ich habe heute eine neue Übersetzung und zwar mit Vater, mein Held. Ich muss es ja umschreiben. Vorweg Kapitel 5, da geht es vorzugsweise um Ronny und auch um den Lügendetektortest. Wir erfahren etwas, wie Tameli rübergekommen ist als Person und zu dem Zeitpunkt wusste wahrscheinlich noch niemand, was da auf sie wartet und wie sich das alles so ein bisschen ergeben wird. Und ich glaube oder ich denke schon, dass von allen Seiten schon geglaubt wurde, dass Chanel etwas damit zu tun hat. Und dass der gute Chris, was ja auch immer wieder betont wird in diesem Kapitel, dass alle ja nur gut von ihm denken, dass er eigentlich nur agiert hat, so wie man sich das vorstellt als Familienvater, wenn einem die Kinder entrissen werden. Ja und in diesem Kapitel erfährt man nach und nach, wie das Blatt sich eigentlich so wendet. Und ich wollte noch sagen, dass ich ein Video gerade bearbeite und zwar das Leben danach, wie das Leben der Agenten so ist. Also jetzt ein paar Jahre danach, wie sie jetzt so leben nach dieser krassen Tragödie. Genau, gut, fangen wir mal an. Kapitel 5. Halt mich fest. Am Mittwoch, dem 15. August, traf um 6 Uhr morgens der Agent des Colorado Bureau of Investigation, Matthew Saylor, am Haus der Watts ein. Bei seiner Ankunft traf er sich mit Detective Baumhover, Officer Steve Wally vom Frederick Police Department und dem CBI-Tatortanalytiker Dave Jokum. Sie hatten bereits die Erlaubnis von Chris erhalten, das Haus zu durchsuchen und Beweise zu sammeln, aber zunächst musste Baumhover Chris anrufen, um den Code für den Zugang zum Haus zu erhalten. Als sie das Haus betraten, fanden sie Dieter in einem Zwinger. Sie nahmen ihn mit und brachten ihn in den Hinterhof, während sie das Haus durchsuchten. Als sie durch das Haus gingen, fiel Saylor auf, wie ordentlich und organisiert es war. Die Gegenstände in der Küche waren alle beschriftet und die Kleidung in den Schränken war nach Art und Farbe geordnet. Die Betten waren alle gemacht, aber Saylor wusste, dass bei der ersten Durchsuchung des Hauses die Betten der Kinder ungemacht waren und dass das Bett im Hauptschlafzimmer ohne Laken war. Als Saylor durch das Haus ging, stellte er auch fest, dass jeder einzelne Mülleimer in den Bädern und Schlafzimmern geleert wurde. Als er in den Mülleimer in der Küche schaute, fand er zum Glück die Müllsäcke aus allen anderen Zimmern. Als er einen großen Müllsack aus dem Mülleimer hob, sah er darunter ein Bettlaken und drei Kissenbezüge. Das Bettlaken und ein Kopfkissenbezug waren mit einer dunklen Substanz beschmiert. Das Team machte einige Fotos, bevor es sie als Beweismittel einsammelte. Als Saylor in die Garage ging, sah er einen Karton mit einer Rücksendeadresse von Amazon in einem Müllcontainer. Als er den Karton aufhob, fiel ein Buch heraus. Er griff nach unten, um das Buch aufzuheben, und betrachtete den Titel Hold Me Tight Seven Conversations for a Lifetime of Love Ein Beziehungshilfebuch von Sue Johnson Saylor erinnerte sich daran, von Kollegen gehört zu haben, dass Shanann Chris ein Buch geschickt hatte, als sie in North Carolina war, um ihre Ehe zu retten. Das muss das Buch gewesen sein, und es war offensichtlich nie geöffnet oder gelesen worden. Es mag mehr als einen Grund gegeben haben, warum Chris kein Interesse daran hatte, ein Buch zu lesen, das Paare zusammenhalten sollte, während er nur Distanz zwischen Shanann und ihm wollte. Coda hatte Chris darauf hingewiesen, dass er seit seiner Heirat sein Aussehen verbessert hatte. Und Coda hatte auch darauf hingewiesen, dass, wenn so etwas mit einem Mann passierte, meist eine andere Frau beteiligt war. Er hatte sogar gefragt, Wie ist ihr Name? Chris wies die Anschuldigungen zurück und behauptete, wenn Shanann oder er fremdgehen wollten, hätten sie das miteinander besprochen. Aber Chris Watts hatte ein Geheimnis. Es gab eine andere Frau. Ihr Name war Nicky Kessinger. Noch während Chris mit den Ermittlern sprach und auf seiner Unschuld beharrte, suchte Nicky seine Kollegin und Geliebte, wie besessen nach Nachrichten, über den Verbleib von Shanann Watts und ihren Töchtern. Die Tatsache, dass sie sich in eine Situation begeben würde, die ihr über den Kopf wuchs, machte ihr zunehmend Angst. Sie hatte Chris, der bei Anadaku Petroleum als Außenkoordinator arbeitete, dort kennengelernt und seit Ende Juni eine sehr ernste und intensive Affäre mit ihm. Mit ihren 30 Jahren hatte Nicky ein paar Ähnlichkeiten mit Shanann Watts. Sie waren beide kurvenreich, trugen langes, dunkelbraunes Haar und hatten grüne Augen. Aber das war auch schon alles, was die beiden Frauen gemeinsam hatten. Shanann war weicher, femininer und auffälliger. Nicky wurde von den Männern in ihrem Büro als attraktiv angesehen. Sie musterten sie, wenn sie morgens zu ihren Besprechungen kamen und sie zusammenstanden. Sie war eher der sportliche Typ, muskulös und kräftig gebaut. Nicky war nicht bewusst, dass die Polizei bereits Arbeits-E-Mails zwischen Chris und ihr hatte. Tony Husky, der regionale Sicherheitsmanager von Anadaku, hatte das Colorado Bureau of Investigation angerufen und ihnen mitgeteilt, dass zwischen Nicky und Chris aufgrund der E-Mails, die er abgerufen hatte, etwas gelaufen war. Diese E-Mails, die Anfang Juni begannen, deuteten darauf hin, dass sich zwischen den beiden mehr als nur eine Freundschaft anbahnte. Nicky wusste wahrscheinlich, dass sie der Polizei umso verdächtiger vorkommen würde, je länger Shanann und die Mädchen verschwunden waren und je länger sie wichtige Informationen für die Ermittlungen zurückhielt. Die Aufmerksamkeit der Medien würde auch viele Geheimnisse ans Licht bringen. So sehr Nicky auch untertauchen wollte, musste sie doch wissen, dass die Affäre aufgedeckt werden würde und sie wollte nicht riskieren, als Komplizen dazustehen. Um einigermaßen unbeschadet aus der Sache herauszukommen, musste sie der Polizei helfen und ihr alle belastenden Beweise, die sie gegen Chris hatte, so schnell wie möglich übergeben. Nicky erzählte, Chris habe sich bis zum späten Montagabend, dem Tag, an dem Shanann und die Mädchen verschwanden, so verhalten, als sei alles ganz normal. Er hatte Nicky geschrieben, dass seine Familie weg sei. Sie nahm an, dass sie sich gestritten hatten und Shanann irgendwann zurückkommen würde. Chris sagte ihr, dass Shanann ihre Eheringe zurückgelassen hatte und dass es vielleicht für immer vorbei war. Er fragte Nicky, was er mit den Ringen machen sollte und sie schlug vor, sie zu verpfänden. Vielleicht war die Ehe von Chris wirklich vorbei und sie konnten jetzt endlich zusammen sein. Aber nein, jetzt waren seine Frau und seine Töchter verschwunden. Nicky war sich wahrscheinlich bewusst, wie schlimm es aussehen würde, wenn die Affäre in den Medien auftaucht. Es würde Chris ein sehr reales Motiv geben und ihn als Lügner und Betrüger entlarven. Außerdem würde es Nicky wie eine Superschurkin aussehen lassen. Immerhin hatte sie mit einem verheirateten Mann, der kleine Kinder und eine schwangere Frau zu Hause sitzen hat, geschlafen. Bevor sie sich entschloss, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, durchsuchte sie ihr Telefon, um herauszufinden, ob die Polizei gelöschte Textnachrichten zurückverfolgen konnte und wie lange Telefongesellschaften Nachrichten aufbewahren. Sie löschte alles, was sie auf ihrem Telefon finden konnte. Textnachrichten und Internet suchen. Nicky sagte später, sie habe ihre Nachrichten gelöscht, weil sie sich für die anzüglichen Texte zwischen ihr und Chris schämte. Dann rief Nicky ihren Vater, Dwayne, an. Sie wollte damit nicht alleine fertig werden und brauchte seine Hilfe, um den Sturm zu bewältigen, von dem sie befürchtete, dass er ihr Leben ruinieren würde. Während sie ihren Vater anrief, wandte sich Chris auch an seinen. Um 7.47 Uhr schrieb Chris seinem Vater, Ronnie Watts, eine SMS und teilte ihm mit, dass er ihn am Flughafen abholen würde. Ronnie war an Bord eines Flugzeuges gegangen, sobald Chris ihm gesagt hatte, dass er ihn in Colorado brauche. Ronnie war ein ruhiger, zurückhaltender Mann, der genau wie sein Sohn nie Emotionen zeigte, mit einem langsamen Tonfall und schneeweißem, ordentlich gekämmten Haar. Als Chris Ronnie am Flughafen sah, hatte er das starke Gefühl, dass dies das letzte Mal sein würde, dass er seinen Vater außerhalb einer Gefängniszelle sehen könnte. Doch abgesehen von der Frage an Chris, ob er eine Ahnung habe, wo Shanann, Bella und Cece seien, sprach Ronnie den Grund seiner Anwesenheit nicht an. Meistens unterhielten sich Vater und Sohn einfach nur. Sie unterhielten sich über Sport, denn das war alles, was sie angesichts einer Krise zu tun wussten. Als sie an diesem Morgen gegen 11 Uhr auf dem Polizeirevier ankamen, wurde Ronnie in einen Untersuchungsraum gebracht, um getrennt befragt zu werden, während Chris den Lügendetektortest machen musste. Im Verhörraum erzählte Ronnie etwas über die Geschichte von Shanann und Chris und wie sie sich kennengelernt hatten. Er schwärmte davon, dass Chris für Ronnie immer ein vorbildlicher Sohn gewesen sei. Er war nie in Schwierigkeiten, nahm nie Drogen und hatte auch keine psychischen Probleme. In der Schule war er ein sehr guter Schüler, konzentrierte sich auf den Sport und gab diesen Aktivitäten Vorrang vor Verabredungen und Mädchen. Für den Abschlussball hatte ihn sogar ein Mädchen gefragt, ob er mitkommen möchte. Ronnie erzählte von der Reise, die Shanann kürzlich mit den Mädchen nach North Carolina unternommen hatte. Die Reise war geplant, damit Shanann und die Mädchen Zeit mit beiden Seiten ihrer Familie verbringen konnten. Sissy hatte ihren Onkel Frankie, Shananns jüngeren Bruder, und Jamie, die ältere Schwester von Chris, noch nie kennengelernt. Im Idealfall würde diese Reise Sissy und Bella die Möglichkeit geben, ihre Onkel, Tanten und Cousins besser kennenzulernen und mehr Zeit mit beiden Großelternpaaren zu verbringen. Die Geschichte zwischen Shananns und Chris' Familien war gelinde gesagt angespannt, und die Besuche bei Chris' Familie waren manchmal eine Katastrophe. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was da los war, sagte der Interviewer zu Ronnie und bezog sich dabei auf einen heftigen Streit zwischen Chris' Mutter, Cindy und Shanann. Ähm, ja, wir hatten seit der Meinungsverschiedenheit nicht mehr mit ihr gesprochen und sie hat uns dann diese SMS geschickt. Als sie zurückkamen, ähm, nach Colorado, machten sie ein Ultraschallbild für das Baby, ähm, vom Baby, und dann schickten sie mir dieses Bild von einem Ultraschallbild. Ronnie zückte sein Handy und zeigte dem Agenten ein Bild von Shananns ungeborenem Sohn. Also kein Kommentar oder nichts dazu, ähm, ja, gar nichts. Sie hat die Hand ausgestreckt und, ja, ich glaube, da hat Chris ihr zum ersten Mal gesagt, dass er die Trennung will und, und sowas. Er sagte mir, wolle die Trennung, als er zu Besuch war. Er sagte, äh, ich liebe sie nicht mehr. Okay, und das war das erste Mal, oder, äh, wussten Sie von früheren Eheproblemen? fragte der Agent. Äh, ich habe es erst jetzt gemerkt, dass etwas im Gange ist und sie waren halt nicht mehr so verliebt, wie sie es früher mal waren. Und jedes Mal, wenn wir sie ein paar Mal im Jahr besuchten oder mit ihnen FaceTime machten und so, na ja, sie saß auf ihren Hintern, auf ihrem Telefon und machte dieses komische Levelzeug. Chris rennt herum, kümmert sich um die Kinder, macht Haushalt, füttert sie, macht dies, das, dies, das. Also, er liebt die Kinder, glauben Sie mir, er würde ihnen nie etwas antun und er würde nie etwas machen, was einem der Kinder schaden könnte, sagte Ronny, um Chris als den Guten darzustellen. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Also, ich finde so, das Verhältnis zu vielen Schwiegereltern ist ja oft schwierig, das wissen viele, das kennen viele so. Also, bei mir ist es jetzt nicht so der Fall, aber ich erlebe das bei ganz vielen und ich musste auch ganz oft, musste ich auch überlegen, wie agiere ich jetzt? Klar, natürlich, man heiratet ja eigentlich eine Person, die man liebt, aber man rutscht da bei wildfremden Menschen einfach in die Familie rein und man hat das nicht, dass man mit denen jetzt schon 30 Jahre zusammengelebt hat. Also, man kennt die Marotten von denen nicht. Und ich weiß nicht, ich weiß auch, dass viele Leute von euch sagen, dass Chanel den ganzen Tag am Handy gewesen ist und das ist unter aller Sau und das geht gar nicht. Und ich finde, das ist ein schwieriges Thema, denn ich bin auch mit Elektronik aufgewachsen. Meine Mutter hat selber immer was mit Elektronik gearbeitet und meine Schwester war auch immer PC-affin. Also, ich bin da tatsächlich reingerutscht. Meinen ersten Commodore habe ich mit sechs Jahren bekommen. Für mich war das normal, irgendwie was mit Technik in der Hand zu haben. Dann kamen ja die ersten Handys, da waren wir auch die Ersten, die das hatten. Und dann das Internet, da waren wir auch die Ersten. Das ist bei uns, vielleicht bin ich da anders aufgewachsen als andere. Das heißt nicht, dass ich nicht weiß, wie ich mit Stock und Stein zu spielen habe. Ich war auch in der Volleyballgruppe und beim Trampolinspringen. Also, ich habe mich genug bewegt, genauso wie meine Kinder jetzt auch. Nur, dass das halt als Hobby dazu kam. Deswegen, ich finde das jetzt an sich gar nicht schlimm, wenn jemand jetzt immer am Handy ist und vor allem, wenn man Geld damit verdient. Die Frage ist halt, einerseits sagen die Leute, Chanel hat gar nichts verdient mit dem MLM und da sind sie sich auch absolut sicher. Andererseits sagt aber Chris selber auch und das sieht man auch in der Dokumentation, er hat gesagt, dass sie viel mehr verdient als er. Also, ich weiß jetzt nicht, meint er jetzt nur den Umsatz oder hat er tatsächlich, hat sie tatsächlich so viel Gewinn gemacht? Für Umsatz und Gewinn sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Andererseits heißt es dann wieder, der Keller war komplett voll mit dem MLM-Zeug. Das heißt, sie hat das ganze Thrive-Zeug selber gekauft. Wenn man das jetzt noch abzieht, schwierig, bleibt ja echt noch viel Geld übrig. Aber so ein Marketing-Job, das beinhaltet nun mal, dass man Tag und Nacht da ist. Und es gibt ja auch ein paar Statistiken, die beweisen ja auch, umso schöner dein Leben ist und umso intakter du ein Familienleben hast, dein Business läuft besser, als wenn du jetzt zum Beispiel alleine bist. Als wenn du jetzt 20 Jahre alt bist und sagst, du baust dir jetzt mit Marketing was auf. Glauben die Leute irgendwie nicht so, als wenn du jetzt so zwei, drei Kinder zu Hause hast, ein großes Haus und zwei Autos, dann denken die, oh ja, das Unternehmen läuft gut. Das ist halt natürlich auch ein kleines Lügen oder Imaginationsgerüst. Das ist schwierig zu sagen. Ich finde es persönlich nur schwierig und weiß ich nicht, schade, wenn dann wirklich, dass dieser Job überhaupt nicht akzeptiert wird von den Schwiegereltern. So nach dem Motto, tut mir leid, dass ich jetzt nicht putze. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht Sekretärin bin oder tut mir leid, dass ich jetzt YouTuber geworden bin. Das ist eigentlich genau dasselbe. Also man versucht da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Es ist natürlich schwierig, wenn ein Partner sagt, er will das nicht. Man weiß es nicht, hat der Chris das gesagt. Einerseits hat er mal gesagt, er hat nie offen mit Chanel reden können und er weiß gar nicht warum, weil mit Nicole konnte er auch reden. Wenn man sagt, man möchte das nicht, man möchte nicht die ganze Zeit im Internet sein. Ich finde es auch schwierig, dass die Kinder die ganze Zeit zu sehen sind. Da habe ich zum Beispiel ein bisschen Angst. Ich versuche da meine Kinder tatsächlich zu schützen, weil ich da schon einfach Schreckensstorys kenne aus meinem Beruf, dass ich da halt einfach nicht möchte, dass die Kinderfotos irgendwo im Internet rumkursieren. aber dann vom Schwiegervater einfach diesen Beruf so abzuwerten, zu sagen, sie saß den ganzen Tag nur auf ihrem Hintern und hat gar nichts gemacht. Ja, das ist fies, weil ich meine, sie hat halt das gemacht, was sie am besten konnte und sie war ja sichtlich auch gut darin und dass das aber immer noch überhaupt nicht anerkannt wird von vielen Leuten, dass so Influencer oder so lustig man es auch finden mag, aber Influencer oder Mentalcoaches oder MLM-Vertriebler, das ist ein Job und manche schaffen es ja sichtlich auch damit, Geld zu verdienen. Also das ist halt die heutige Zeit. Für jemanden, der nie technikaffin war, ist das vielleicht komisch, dass wie jemand sagt so, ja, der macht nichts, der labert blöd, kann man bei mir genauso gut sagen, die labert ja blöd daher, wie kann das sein, dass das jetzt, dass sie jetzt jeden Tag online ist und damit ihr Geld verdient? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, immer noch besser als jemand, der den ganzen Tag irgendwie nur von seinem Leben quatscht. Das ist halt, aber die verdienen auch ihr Geld somit. Also irgendwie, irgendwie ist es ja heutzutage halt so, dass man damit tatsächlich ein bisschen was reißen kann. Man sagt ja nicht, dass man da wahrscheinlich, dass dieser Job besser ist als ein Akademikerberuf oder mein Gott, ich wäre auch gern Arzt, aber es hat sich halt nicht ergeben. Also was soll man machen? Es ist halt einfach so, man nimmt halt das, was dann irgendwie da ist und versucht dann irgendwie das Beste draus zu machen, um seine Kinder zu ernähren oder vielleicht seine Tiere zu ernähren und dann wird das einem vorgehalten, dass man ja eigentlich den ganzen Tag nur am Handy sitzt und gar nichts macht oder die ganze Zeit nur am PC sitzt und irgendwelche Videos aufnimmt. Ja, das ist halt schwierig, weiß ich nicht. Finde ich schade, dass der Vater so redet. Ja, also meine Eltern reden so gar nicht zum Beispiel, egal welchen Job ich mache, egal welchen Job mein Mann macht. Und die akzeptieren das grundsätzlich. Die sind nur froh, wenn sie keine Sorgen haben mit mir und solange es läuft, passt es ja. Deswegen finde ich das schade, wenn dann andere Eltern sich das Recht draus nehmen und sagen dann, die hat ja gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Nur weil man nicht alles nach außen hin trägt, weiß ich nicht, ob man da nicht alles gemacht hat. Weil eigentlich jede Mutter, jeder Vater erzieht seine Kinder so, wie er es am besten kann. und wenn er es nicht besser wusste, dann kann man es ihm eigentlich auch nicht vorwerfen. Weil ich weiß es nicht, du kannst mit 18 eine gute Mutter oder ein guter Vater sein, aber auch mit 40, von dem her, ich weiß nicht, das ist wirklich, finde ich nicht gut, dass man so redet. Und ich weiß nicht, ob der Ronny das nur gesagt hat, um irgendwie Christa rauszuboxen und zu sagen so, ihr lenkt mal die Aufmerksamkeit auf Chanel, aber so abwertend zu reden, das weiß ich nicht. Und im Nachhinein sagen sie wieder, sie hatten ja gar nichts gegen Chanel. Ja, irgendwie schon. Hm, naja, das wollte ich noch dazu sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne schreiben. Es ist halt einfach, ich weiß nicht, ich bin kein Fan von schlecht daherreden von anderen Menschen und schon gar nicht, wenn sie zur Familie gehören, ob man will oder nicht. Genau. Hatte es denn anscheinend, dass es vor diesem Besuch ernsthafte Eheprobleme gab? fragte der Agent. Er sagte, er hätte das schon vor langer Zeit tun sollen und genau wie das Baby, das sie jetzt bekommen. Sie hat uns erzählt, dass es Chris-Idee war. Er möchte einen Jungen haben und ich habe ihn darauf angesprochen. Und er meinte nur, nee, das war ich nicht. Das war alles sie. Alles dreht sich um sie. Sie hat dieses Image, dieses Bild, die sie sein will, wer sie sein will. Dieses Image, das sie die ganze Zeit haben will. Alles ist super, alles in bester Ordnung, alles ist schön auf der Welt und sowas. Die Dinge auf Facebook sind nur so eine Maske, die sie aufgesetzt hat. Ronnie äußerte sich weiterhin abfällig über Shanann. Er nannte sie Paranoid und extrem bipolar. Insbesondere beschrieb er Shanann als Paranoid gegenüber seiner Frau Cindy. Bei der jüngsten Reise zu ihnen sagte Ronnie, Shanann habe Cindy beschuldigt. Sie habe versucht, ihren Kindern zu schaden, indem sie sie Nüsse aussetzte. Cissi hatte eine lebensbedrohliche Nussallergie und Cindy nahm die Allergie nicht ernst, was Shanann dazu veranlasste, große Angst und Misstrauen gegenüber ihrer Schwiegermutter zu empfinden. Ronnie erklärte auch, dass der Rest des Besuchs in North Carolina äußerst umstritten war. Nach dem Vorfall, der als Nutgate bezeichnet wurde, verbrachte Shanann den Rest der Reise mit ihrer Familie und weigerte sich, Bella und Cissi zu ihm oder Cindy zu bringen. So, das war Teil 5 und wie ich schon gesagt habe, ihm war es sehr, sehr wichtig, dass jeder von ihm denkt, dass er ein guter Mensch ist und er hat ja auch mehrere zitiert. Es ist tatsächlich so, dass schon noch ein paar zu ihm stehen und sagen, kann ich mir nicht vorstellen, da ist irgendwas anders gewesen. Es ist ja auch jetzt so, dass er also Chris Watts schon eine kleine Community hat, die fest davon ausgeht, dass irgendwas nicht so gut lief. Vorzugsweise sind das irgendwie auch englischsprachige YouTuber, die da wirklich extrem hinter ihm stehen, die auch irgendwie komplett Bescheid wissen und wissen, was da so abgelaufen ist. Das ist echt sehr faszinierend, wie sich da irgendwie alles spaltet und ja, mich würde mal interessieren, was die Leute jetzt sagen, also jetzt die Freunde von damals. Da gibt es ja auch Interview jetzt über Amanda, Taya zum Beispiel. Das würde mich interessieren, was denn jetzt alle anderen, vor allem Coworker auch sagen. Soweit ich weiß, alle Mitarbeiter von Anadarko haben etwas unterschrieben, dass sie nicht drüber reden dürfen und auch in Zukunft nicht drüber reden dürfen und dass es totgeschwiegen werden muss. Das ist wirklich sehr faszinierend. Da sieht man mal, welche Wellen das geschlagen hat und ja, ich weiß auch nicht. Ein Mysterium an sich, aber sehr interessant auf alle Fälle. Wir hören uns beim nächsten Teil, ist schon in Bearbeitung, Kapitel 6 und ich danke fürs Zuhören und eure Meinung würde mich interessieren. Was denkt ihr? Wie denken jetzt die Leute über Chris Watts? Danke fürs Zuhören. Auf bald! In diesem Teil geht es jetzt eher um den Polygraphentest. Das haben wir jetzt echt schon sehr oft gehört und sind auch sehr oft durchgegangen und ich habe ja auch den originalen Polygraph alles analysiert. Es kommt dabei jetzt nicht wirklich was Neues raus und das wird in dem Kapitel jetzt auch nicht mehr komplett akribisch durchgegangen. Es geht jetzt eher so um die Hauptmerkmale, vor allem wie Tammy Lee rüberkommt als Person. Ich denke, dass dort eindeutig guter Bulle, böser Bulle so ein bisschen ja, so durchgegangen worden ist und man merkt eindeutig, wer der Gute, wer der Böse ist. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, was uns das jetzt sagen soll mit der Frage, wenn du jemanden beseitigen möchtest, wie machst du das? Und ich denke, es geht tatsächlich nur um die Schwingungen, die man zwischendurch hat. Denn ich denke, dass wenn man jetzt etwas sagt, was man selber gemacht hat, dann schlägt das extrem aus. Und ich glaube, das war so ein bisschen ihr Ziel, dass er einfach ein paar Taten oder ein paar Möglichkeiten aufzählt und dann wird er schon ausschlagen, das bei dem, was er da so gemacht hat. Und schlussendlich hat es ja irgendwie auch schon was gebracht. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie so ein Polygraphentest funktioniert. Also dieses Grobe, das weiß ich natürlich, Herzschlag, Puls und so weiter. Aber so, es muss einen Grund geben, warum es in mehreren Ländern nicht erlaubt ist. Ein Lügendetektortest irgendwie, vor Gericht durchzusetzen. Andererseits frage ich mich, warum auch nicht? Weil ich meine, hier hat es ja irgendwie auch gestimmt und er hat ja wirklich, mit Bravour ist er ja durchgefallen. Das ist ja, der hat ja wirklich mehrere Sachen so aufgeregt von sich gegeben, dass der Detektortest ja wirklich nur das Ergebnis raushauen konnte, was wirklich faszinierend ist, warum es dann in anderen Ländern irgendwie gar nicht zugelassen wird. Also das ist irgendwie so sehr fraglich für mich. Auf alle Fälle gehen wir das jetzt mal durch. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Also dann. Kapitel 6 Ich liebe diese Mädchen unendlich. Während Ronny befragt wurde, unterzog sich Chris dem Lügendetektortest, der letztlich sein Schicksal besiegeln sollte. Special Agent Tammy Lee vom Colorado Bureau of Investigation führte den Test durch. Tammy, eine erfahrene Ermittlerin mit schulterlangem, blonden Haar, einem warmen Lächeln und einem fröhlichen Lachen, war klug und sympathisch. Die Menschen fühlten sich in ihrer Gegenwart wohl. An diesem Tag trug sie ein marineblaues Hemd mit einer schwarz-weiß gestreiften Strickjacke. Als Chris den Raum betrat und Tammy vorgestellt wurde, erhob sie sich von ihrem Stuhl, um ihm die Hand zu schütteln und sagte herzlich, Hey Chris, wie geht's dir? In Gedanken machte sich Tammy ein Bild von Chris, als sie sah, wie er auf dem Stuhl am Tisch Platz nahm, an dem sie saß. Nach allem, was man hört, war Chris freundlich, respektvoll, gelassen, ruhig und kooperativ. Jede einzelne Person, die für die Untersuchung befragt worden war, Mitarbeiter, Freunde, Familie, hatte nicht die geringste Kritik an Chris. Alle liebten ihn und hielten ihn für den tollsten, solidesten Menschen auf der Welt. Okay, wie fühlst du dich? fragte sie ihn. Ähm, ich fühle mich miserabel, sagte er leblos. Tammy schmeichelte ihm und lobte ihn dafür, dass er bei den Ermittlungen half und bereit war, den Lügendetektor zu benutzen. Sie versicherte ihm, dass dies nur das Standardprotokoll sei und sie dies bei allen vermissten Fällen so machen würden. Genau wie Coder musste auch Tammy dafür sorgen, dass er sich wohlfühlte, damit sie ihn zum Reden bringen konnte. Tammy erklärte ihm sorgfältig, was ihn beim Lügendetektortest erwarten würde. Sie las ihm seine Miranda-Rechte vor und erklärte ihm, dass der Lügendetektor völlig freiwillig sei und dass er aufgezeichnet werden würde. Er unterschrieb eine Einverständniserklärung und der Lügendetektortest begann. Tammy ging den Test langsam an und stellte zunächst grundlegende Fragen zu Chris' Kindheit, seinem Leben, seiner Familie und seinem Beruf. Sie fragte, ob er irgendwelche Spitznamen habe und er erzählte ihr, dass die Leute auf der Arbeit ihn Rain Man nannten, nach Dustin Hoffmans Darstellung eines autistischen Hochbegabten in dem Film von 1988. Der Grund dafür war, dass Chris sich nach einem Besuch auf einer Ölbaustelle immer an genaue Details erinnerte. Er erinnerte sich daran, wie er als kleiner Junge jeden Tag mit seiner Großmutter, seine Schwester Jamie, von der Mittelschule abholte. Während sie darauf warteten, dass Jamie aus dem Gebäude kam, fragte seine Großmutter ihn nach allen Hauptstädten der Staaten. Er sagte, dass er dachte, dass sein gutes Gedächtnis und seine unheimliche Fähigkeit, sich an kleine Details zu erinnern, vielleicht daher rührten. Chris erzählte Tammy, dass er Shanann nicht mehr liebe, dass sie nicht mehr zueinander passten und dass sie nicht mehr diese Verbindung hatten. Als sie in North Carolina zusammen waren, waren Shananns Eltern und Kinder ständig in der Nähe, so dass sie die meisten Gespräche über ihre Beziehung, über Textnachrichten und nicht von Angesicht zu Angesicht führten. Chris meinte, dass er und Shanann beide wollten, dass es funktioniert und dass sie an einem Punkt waren, an dem sie sich fragten, was sie tun könnten, um das zu erreichen. Shanann wusste nicht, was sie sagen sollte und wollte daran arbeiten, indem sie entweder ein Buch las oder zu einer Beratung ging. Chris erwähnte, dass sie das letzte Mal intim wurden, als ihr ungeborener Sohn Nico irgendwann im Mai gezeugt wurde. Er sagte, dass er normalerweise derjenige war, der den ersten Schritt mache, aber dass er meistens abgewiesen wurde. Er räumte ein, dass das Eheleben halt so ist und dass sie im Durchschnitt ein bis zweimal pro Woche GV hatten und dass es ihm immer Spaß machte. Tammy fragte Chris, ob Shanann ihn direkt gefragt habe, ob er ihr untreu gewesen sei. Und Chris meinte, dass sie das getan habe, aber er verneinte es mit den Worten, du weißt, dass das nie passieren würde. Du weißt, was für ein Typ ich bin. Chris prallte damit, dass sein Freund Jeremy Lindstrom sagte, du bist der Typ Mann, den ich eine Woche lang mit meiner Frau zusammen wegschicken könnte, ohne, dass irgendetwas passieren würde. Chris schien ziemlich mit seinem guten Ruf bei anderen zu prahlen. Naja, die Leute wissen, was für ein Mensch ich bin, sagte er. Ich bin nicht der Typ, der sagt, na gut, meine Frau ist weg, wo ist jetzt die nächste Frau für die nächsten fünf Wochen? So bin ich nicht. Ich respektiere meine Frau und sie respektiert mich. Wenn sie jetzt irgendwo in Sicherheit ist, dann sicher nicht mit einem Mann. Und wenn das doch so ist, dann gut, ist mir recht. Ich will, dass sie in Sicherheit ist und ich will die Kinder wieder zu Hause haben. Wenn es mit einem anderen Mann ist, okay, toll, dann komm wieder nach Hause. Wir werden später darüber reden. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir irgendwie fremdgehen würde oder so. Er merkte schnell, dass ihm ein Fehler unterlaufen war. Janine hatte Chris auch per SMS gefragt, ob er eine Affäre habe und er wies auch diese Anschuldigung zurück, indem er ihr sagte, dass dies das Letzte sei, woran sie denken sollte. Chris erzählte Tammy, dass immer, wenn Janine ihn anrief, während sie den Sommer über getrennt waren, er joggen war oder trainierte und sie konnte sehen, dass er nicht mit ihr reden wollte. Chris meinte, er sei offen für Janines Idee einer Eheberatung, aber er wolle sie nicht in Anspruch nehmen. Denn er glaube nicht, dass das nötig wäre. Er sagte, die Trennung sei da und er glaube nicht, dass eine Beratung da noch helfen würde. Mit anderen Worten, Chris hatte sich eine Meinung über seine Frau gebildet und er war nicht bereit, etwas zu tun, was dazu beitragen könnte, das zu reparieren, was er als irreparabel zerbrochen ansah. Tammy kam schließlich zu dem wichtigsten Teil des Lügendetektortests, bei dem sie Chris fragen sollte, was zwischen dem Zeitpunkt, als Shanine aus Arizona nach Hause kam und dem Zeitpunkt, als Chris sie an diesem Morgen zum letzten Mal sah, passiert war. Das war der entscheidende Moment, denn wenn Chris etwas damit zu tun hatte, musste er ständig lügen und der Lügendetektor würde all seine Unwahrheiten aufdecken. Chris war der einzige Verdächtige, den sie hatten und wenn er am Lügendetektor scheiterte, würden die Ermittler ihn hoffentlich zu einem Geständnis bewegen könnten. Sie mussten also schnell handeln, denn wenn Shanine und die Mädchen nicht mehr am Leben waren, mussten sie so schnell wie möglich zu den Körpern gelangen, um Autopsien durchführen zu können, damit sie die wichtigsten Beweise hatten, die sie brauchten, um Chris vor Gericht zu überführen. Tammy fragte Chris, was er am Freitag getan habe, dem Tag, an dem Shanine zu ihrer Reise nach Arizona aufbrach. Er sagte, sie wüssten, welches Geschlecht das Baby habe, aber sie würden es niemandem sagen, bevor Shanine zurück sei. Er erzählte Tammy, dass er am Freitagmorgen darauf wartete, dass die Kinder aufwachten und Shanine mit Niki früh zum Flughafen fuhr. Sie umarmten sich zum Abschied, als sie ging. Er blieb mit den Kindern im Haus, ging in den Lebensmittelladen, reparierte seine Brille und ging danach zu Target. An diesem Tag war ein Bürotag für Lehrer. Die Mädchen hatten also keine Schule und deshalb nahm Chris den Tag auch frei. Sie kamen um 4.30 Uhr von ihren Besorgungen nach Hause, aßen zu Abend und gingen wie üblich ins Bett. Chris hat an diesem Abend mit Shanine gesprochen, aber Shanine hat kein FaceTime mit dem Mädchen gemacht, weil die Kinder sonst so aufgedreht wären, wenn sie ihre Mutter sehen würden. Da sie sich so sehr aufregten, wenn sie daran erinnert werden, dass sie nicht bei ihnen war, beschlossen Chris und Shanine, dass es wahrscheinlich am besten war, während Shanines Reisen kein FaceTime mit den Mädchen zu machen, bis sie älter waren und besser mit der Abwesenheit ihrer Mutter umgehen konnten. Wann immer Shanine auf Reisen war, fragte Bella ständig nach ihr und diese Reise bildete da keine Ausnahme. Am Freitagabend, nachdem Chris die Mädchen ins Bett gebracht hatte, sagte er, er wolle sich entspannen. Am Samstagmorgen kam Bella zu Chris ins Bett und sie warteten darauf, dass Sissy aufwachte. Chris und die Mädchen hingen im Haus herum und spielten draußen, bis es zu heiß wurde. Jeremy Lindstroms Tochter kam an diesem Abend zum Babysitten vorbei, damit Chris mit Kollegen zu einem Baseballspiel der Colorado Rockies gehen konnte. Er verließ das Haus um 5 Uhr und kam gegen 11 Uhr in der Nacht nach Hause. Er aß auch mit seinen Kollegen im Lazy Dog Restaurant zu Abend. Die Mädchen waren schon im Bett, als er nach Hause kam. Am Sonntagmorgen sahen sich die Mädchen den Zeichentrickfilm Bubble Guppies im Fernsehen an, bevor sie in den Tag starteten. Er brachte sie zum Schlafen ins Bett und aß die kalte Pizza vom Vorabend, bevor er sich auf den Weg zum Haus von Jeremy machte, wo die vierte Geburtstagsparty seines Sohnes stattfand, 13.15 Uhr bis 16.30 Uhr. Als sie zurückkamen, stellte Chris die Mädchen unter die Dusche, trocknete sie ab, cremte sie ein, zog ihre Schlafanzüge an und gab ihnen wieder kalte Pizza. Chris beschrieb Tammy die Nachthemden, in der er die Mädchen steckte. Cicis Nachthemd war rosa und Bellas Nachthemd hatte ein Einhorn aufgedruckt. Sie telefonierten per FaceTime mit Chanannes Eltern und aßen dann ein paar Snacks auf ihren Minisofas im Gemeinschaftsraum im zweiten Stock. Chris putzte ihnen die Zähne, ließ sie auf das Töpfchen gehen und brachte sie ins Bett. Bella kam zweimal heraus, weil sie wusste, dass Chanann in dieser Nacht nach Hause kommen würde und Chris sagte, er versicherte ihr, dass sie ihre Mutter am Morgen sehen würde, wenn sie aufwachte. Chris erzählte Tammy, dass Chanann immer dann, wenn sie spät von einer Reise nach Hause kam, die Mädchen nicht weckte, weil sie leicht verschlafen waren. Gegen zwei Uhr an diesem Morgen spürte Chris, wie Chanann ins Bett ging. Sie trug ein T-Shirt und Unterwäsche, ihre normale Kleidung zum Schlafen gehen. Sie trug immer ihre Eheringe, auch im Bett, und nahm sie nur ab, wenn sie sich die Haare färbte. Chanannes Ehe- und Verlobungsringen waren auf ihrem Nachttisch gefunden worden und Chris sagte Tammy, das sei sehr ungewöhnlich. Chanann hatte Chris angeblich gebeten, sie zu wecken, wenn er zur Arbeit ging, damit sie duschen und den Flughafen von sich wegwaschen konnte. Als Chris aufwachte, duschte er und zog sich an, bevor er Chanann weckte. Er setzte sich auf das Bett und stupste sie sanft wach. Laut Chris verlief ihr Dialog wie folgt. Hey, gehst du duschen? fragte er sie. Mhm, mach ich, sagte sie schläfrig. Können wir ein bisschen reden? fragte Chris sie. Okay, lass uns reden, sagte Shannon. Das war das angebliche emotionale Gespräch, in dem Chris, wie er erzählte, sagte, dass sie das Haus verkaufen und sich verkleinern müssten. Er fühlte keine Verbindung mehr, es funktionierte nicht mehr und erfüllte nicht mehr die Liebe, die sie am Anfang hatten. Chanann weinte und war emotional, als sie das alles hörte. Chris sagte, dass er auch weinte. Chanann warf ihm vor, ihn zu betrügen. Nein, es ist nicht so, dass jemand in mein Leben getreten ist und mich dir weggenommen hat. Es gibt keinen Einfluss von außen, erinnerte sich Chris daran, zu Chanann gesagt zu haben. Chris hoffte, sie könnten das Haus verkaufen, sich trennen und in der Nähe des anderen leben, denn Chanann hatte ihm kürzlich gesagt, dass sie es sich nicht leisten könne, mit drei Kindern allein in Colorado zu leben. Als sie verschwunden sei, habe er zunächst gedacht, sie sei mit jemandem zusammen, aber jetzt glaube er, dass etwas passiert sei und dass sie und die Mädchen nicht in Sicherheit sind. Mit ernster Miene fuhr Tammy mit dem Teil des Lügendetektors fort, bei dem sie Chris direkt fragen würde, ob er etwas mit Chananns Verschwinden zu tun hatte. Also wenn ich dich beim Lügendetektortest frage, ob du Chananns Verschwinden physisch verursacht hast, kannst du diese Frage auch verstehen? sagte Tammy und starrte ihn an. Äh, ja, sagte Chris gleichgültig. Gut, was denkst du, was ich damit meine, wenn ich dich frage, ob du Chananns Verschwinden physisch verursacht hast? Was bedeutet das für dich? fragte Tammy. Äh, wenn du mich das fragst, habe ich das Gefühl, du fragst mich, ob ich selbst etwas damit zu tun habe oder ob ich jemandem dabei geholfen hätte und ich hatte, naja, mit Aldi nichts zu tun, erklärte Chris mit Nachdruck. Äh, und ich weiß, es ist total schrecklich, daran zu denken, aber was gibt es für Möglichkeiten, wie man jemanden verschwinden lassen kann? fragte Tammy Chris. Äh, ich meine, also wenn man jetzt von dem spricht, was ich jetzt in Filmen gesehen habe oder was man über andere Leute jetzt gelesen hat, dann, ähm, ja, man holt sich jemanden, antwortete er. Äh, sowas wäre ein Auftrags? fragte Tammy. Hey, ich bin nur ehrlich. sagte Chris. Ja, das ist das, was ich will, sagte Tammy. Also, man würde jemanden anheuern oder man hat jemanden, den man kennt, der jemanden kennt, der das tun würde. Das ist eine schwierige Frage, sagte Chris und lachte. Weil ich mit dem Verschwinden halt auch nichts zu tun habe, ne? Wenn du fragst, wie ich das jetzt machen würde, ist das, naja, schwierig. Mh, nein. Wie würde jemand das Verschwinden eines anderen verursachen, indem man ihn beseitigt? Welche verschiedenen physischen Möglichkeiten gibt es, das Verschwinden von jemandem durch eine Tat zu verursachen? fragte Tammy. Ja gut, jetzt mit einem Messer oder einer anderen Waffe oder einem stumpfen Gegenstand. Also, ich meine eine Waffe benutzen, eine Pistole, irgendwie sowas. Chris hielt inne. Äh, jemanden die Luft abschneiden? Fügte Tammy hinzu. Luft abschneiden, genau. Wiederholte Chris. Und jemanden erdross? Unterbrach Tammy. Ja, genau. Wiederholte Chris. Tammy drängte Chris, weiterzumachen, indem sie ihm weitere Ideen vorschlug, wie man jemanden aus dem Weg räumen könnte. Chris sagte Tammy, dass man jemanden in eine Falle locken könne. Tammy bat ihn, dies näher zu erklären. Chris erklärte, man könnte jemanden an einer Ecke warten lassen und dann könnte ein Unfall passieren, zum Beispiel, man wird von einem Auto angefahren. Tammy erwähnte, dass man jemanden entführen könnte und Chris fügte hinzu, dass man jemanden irgendwo hinbringen und ihn foltern lassen könnte, indem man ihn ohne Essen und Wasser zurücklässt. Chris fuhr fort, dass man jemanden verprügeln oder vergiften könnte. Chris, ich möchte nur wissen, dass du nicht derjenige bist, der Shananns körperliches Verschwinden verursacht hat, sagte Tammy. Manchmal, da fühlt man sich schuldig, weil man jemanden verlassen hat, zum Beispiel, wenn man seinen Ehepartner sagt, dass man sich trennen will. Ja, und deshalb fühle ich mich im Moment wie ein Idiot, sagte Chris seufzend. Okay, hast du gelogen, als du Shanann das letzte Mal gesehen hast? fragte Tammy. Nein. Gut, dann beschreibe mir, wann du Shanann das letzte Mal gesehen hast. Ähm, das letzte Mal habe ich sie im Bett gesehen, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte und sie sagte, sie würde zu einer Freundin gehen und dann später zurückkommen. Und sie lag auf der Seite und hatte Wimperntusche im Gesicht, weil sie geweint hatte. Chris, wenn du tatsächlich lügst und Shanann etwas angetan hast, dann war das Bild, das du gerade beschrieben hast, sicher nicht das letzte Mal, dass du sie gesehen hast. Weißt du, wo Shanann jetzt ist? Nein, ich weiß es nicht, antwortete Chris. So, das war jetzt der sechste Teil. Hier zählt Chris ja eigentlich nur auf, wie so ein normaler Tag bei ihnen abläuft. Ich weiß nicht. Ich finde, was Persönliches, meine persönliche, subjektive Meinung jetzt einfach bezüglich so einem normalen Tag von den Kindern, also ich weiß nicht, ob das normal in Amerika ist, also ich kenne jetzt tatsächlich nicht viele aus Amerika, so zwei und eine sehr gute Freundin hat in New Mexico gelebt, ist eine Deutsche, ist jetzt wieder in Deutschland und sie hat gemeint, dass Gemüse in Amerika sehr teuer ist, sehr, sehr teuer. Weil ich frage mich halt so, beide haben ja schon darauf geachtet, dass die Kinder behütet aufwachsen und auf eine gute Schule gehen und gut angezogen sind und die haben auch wahnsinnig viele Medikamente bekommen. Also ich bin selber Mama und wenn ich mir vorstelle, dass es für Chris total normal ist, dass die Kinder abends so ihre Medikamente kriegen, so wie es halt gewohnt ist, denke ich mir so, hä, das ist doch gar nicht normal. Ich weiß nicht, bin ich da irgendwie die Einzige? Das würde mich echt mal interessieren. Wie ist das bei euch? Kriegen eure Kinder auch so viele Medikamente? Allergie, ja schon. Also bei uns ist Hausstauballergie ein großes Thema, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so stark wie jetzt eine Baumnussallergie, von der ich aber bis dato auch noch nie was gehört habe. Ich kannte nur eine normale Nussallergie. Ich weiß nicht, wie das ist. Also so ein EpiPen kannte ich davor auch gar nicht und von der Ernährung finde ich das wirklich, also der Große ist jetzt Teenager und bei dem muss ich schon aufpassen, dass er wirklich nicht den ganzen Tag, so wie wir es gerade gehört haben, kalte Pizza isst oder halt nur Zimttoast isst und dann mittags nochmal Pizza isst. Also wisst ihr, was ich hinaus will? Also ich versuche dann schon irgendwie so einen Ausgleich zu finden, damit die Kinder auch irgendwie so vitaminreich ernähren. Ist das der Grund, warum dann meine Kinder jetzt nicht so viele Medikamente kriegen? Oder ist es normal in Amerika, dass man tatsächlich sich morgens, mittags, abends irgendwie nur von, ich weiß nicht, kann man Junkfood sagen? Also ich möchte es wirklich nicht triggern und ich möchte auch no hate oder so irgendwas. Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Das ist etwas, was mir in diesem Buch aufgefallen ist und auch bei diesem Fall, bei dem ich mich so frage, haben die Kinder so viele Medikamente bekommen, weil einfach das Essen allgemein in Amerika so teuer ist oder man sich allgemein einfach so immer ernährt. Ist es normal für die, dass man so isst? Weil es hat ja dann schon was mit Ernährung zu tun, wenn man oft krank ist. Also ich meine jetzt nicht die Allergie, sondern die sind ja irgendwie oft verschleimt und erkältet gewesen und waren sehr oft beim Arzt und Asthma, keine Ahnung, das ist eine persönliche Frage von mir. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier einen Arzt habe, der mir das beantworten kann, dann würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich finde einfach, dass dieser Tagesablauf auch so ganz anders irgendwie gewesen ist, so wie ich es halt als zweifache Mutter kenne. Bin jetzt nicht die strengste und ich weiß es nicht, aber ich finde allgemein und dass wenn auch jeder Tag so abgelaufen ist, ja dann echt Hut ab, dann ist es echt eine perfekte Familie gewesen. Wenn die das wirklich immer so machen konnten mit zwei kleinen Kindern, dass die auch mal pünktlich ins Bett gegangen sind und vor allem den ganzen Tag in der Schule und abends eine halbe Stunde mal mit den Eltern Fernseh gucken und dann ab ins Bett. Boah, ja ich weiß nicht. Also das ist so etwas, was ich sehr interessant fand, aber auch viele Fragen aufgeworfen hat. Also von dem her, ja, würde mir gerne eure Kommentare durchlesen wollen. Deswegen schreibt sie doch einfach in die Kommentare rein und wir hören uns beim nächsten Kapitel. Auf bald! Se la vie, es ist wie so ein Bild, das sich ersetzt. Da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm'n Tuch und wisch' es weg. Se la vie, es ist wie so ein Bild, das sich ersetzt.